Aha, aha, aha. Jetzt kommt mein Lieblingsherz. Aha. Wir wollen im nächsten Deutschen Bundestag auch die Parlamentarische Vertretung der Frösche sein. Aha. Was ist los, du alter Sack? Aha. Was geht denn bei den Grünen ab? Aha. Bei den Steuern nix gecheckt. Unsere Leute finden Steuererhöhungen richtig. Und den Wähler schön verschränkt. Das juckt ihnen nicht, das juckt sie nicht. Sie scheißen auf die Mittelschicht. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Fleischverzicht macht ihr zur Pflicht. Apfel gefällig. Bla, bla, bla. Die wählen euch nicht, ihr checkt es nicht. Wir wollen im nächsten Deutschen Bundestag auch die Lobby der Honigbiener sein. Zum, zum, zum. Das können nur wir, die Grünen. So, so habt ihr denn einen Plan? Ja. Kissen. Oder eher ein Imkan? Wollt ihr wirklich baden gehen? Dann macht doch nur Politik. Für den Veganer, der gern strickt. Bla, bla, bla. Die wählen euch nicht, die wählen euch nicht. Die wählen euch nicht, die wählen euch nicht. Die wählen euch nicht, die wählen euch nicht. Wählt werden Mutter Teresa und Darth Vader. Ul, ul, ul.